mit den drohen machen jetzt erst mal bisschen was knallen hier boah Marvin voll der geile Stoff Junge wo ist denn das her das ist mir scheißegal hau so viele Farben hey Lukas was tun da ich habe Herzlich Willkommen zurück zu bei zurück zu bei er geht ja online hey jetzt lassen wir uns warten auf den Bürgern Lukas Breit weil ich hab' nicht getrunken ich kriege noch die Decke auf die Plasse Dominik ist all FK Scheiße 1 wir schieben sich hier nochmal zur Tür rauf ich glaube das funktioniert nicht Scheiße kann jemand nicht mal Lukas Breit Lukas Breit nein ich hab' nicht die Trucke so könnt ihr euch auch im Silvester ungefähr vorstellen naja ja kannst du schweiß aber ja nicht es wär lustig geworden wärst du so besoffen gewesen schick den die Treppe hoch schick den die Treppe hoch ich hätte jetzt fast gesungen schmeiß den Neger raus aber das wäre ja ein bisschen rassistisch oh er ist ja AFK ja wenn der sich die Folge anhört oh verdammt naja lass uns den oben in den Computer oder seine Kumpels na dann sind sie auch noch sauer auf mich aber ich kenn die ja nicht ich kenn die auch nicht und Silvester sind wir besoffener merken die das eh nicht mehr von daher alter es kann doch nur wie möglich sein den rauszuschieben bah nee ab hier in die Tür äh hinter euch nein raus schieb ach er muss ja noch bestätigen bevor er raus ist also müssen wir ihn eh da reinschieben dann schieben wir ihn dann schieben wir ihn ja hier rein noch geiler wär er gekommen wenn wir ihn in die Dusche schieben in die Dusche alter lass mal den Schmutz abwaschen wenn er sich die Folge anschaut ne ich sag's dir ich sag's dir ich mag er dann sowieso noch er hat mich lieb na stimmt ey nicht wieder runter boah es ist schwierig einen Menschen zu verschieben ey vor allem wenn es drei Leute machen ja ehrlich also geh mal weg alter ich hab damit noch nicht meine Idee schieb den schwarzen ab alter oh god halt mal wieder die Tür auf scheiße in den EDV Raum komm wir schieben ihn in die Ecke damit wir es gar nicht mehr hinkriegen wir gehen in die Ecke schäme dich so wir gehen jetzt raus weg hier nein nein warte warte Pendergon hat das Spiel verlassen nein die Verbindung zur Sitzung wurde durch eine unbekannte Netzwerquille unterbrochen durch eine unbekannte Netzwerquille kicken scheiße er ist wieder da ey ich dachte schon Aua das hat wir getan nehmen wir schon auch ja wie sie sie achso wir haben in diesem in dieser Folge einen siev counter ich hoffe mal ich kann ihn einbauen ja das muss funktionieren der wird dann hier irgendwo sein und ähm was ist denn noch ein champagne counter ist auch dabei in der nächsten Folge präsentieren wir ihnen natürlich andere counter natürlich wie zum Beispiel den oh mein verpickter scheiße counter exakt so alter du hast mich umgefahren ja das steht da doch mit dem fetten Arsch ich bin ja offline komm geh ins Auto wir fahren jetzt alle äh das ist aber nicht meine Garage ich nehme mein Elektroauto Elektro Elektroauto nein die fahren alle mit einem Auto die sind Gentleman's ich brauche eine Einladung Alter Leute Champagne ach Gott das zählt zweimal ey du bist du weh da ne ohne Witz jetzt komm mal hier in mein Auto wir laden die noch ein ja ich bin ja schon dabei warte äh Henry wir fahren nicht zusammen nein wir fahren nicht zusammen wir fahren in den Puff nach Barcelona ich will meine Elektro Marvin teste jetzt mal das Auto komm mal her komm hier steck mal rein lecker 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 putze lecker keine Muschi Tracksau Dominik Dominik kommt bei mir aber rein auch jedem Dominik kam bei dir ein das sind deine nigger spiel like Jungs alter deine Pestschleuder kann ja ruhig einsteigen ich bin umweltbewusst ja genau und schnell du mit deiner scheiß Eko Karre die ist voll schnell alter du kannst nichts sagen dagegen wir haben gesagt dass wir alle zusammen im Auto zum Cancel haben ja aber das ist mir nicht öko genug alter ja ach du scheiße Champagne Halt die Fresse soviel zum Thema du bist keine Klischee ne das mich gern für den Counter alles für den Counter Alter ja wenn du deinen fetten Arsch jetzt nicht hin das Spiel bewegt du kannst erstmal schön sief deine Fresse halten ich bin unterwegs der voll sief eine Fresse mit Champagne Champagne du sollst dein Maul halt Alter der schwult uns voll an ey halt dein Maul lass mich bitte allein mein aber sowas ey aber sowas ey aber sowas ey aber sowas ey du kannst für mich auf die Gefangenen ey nein Pei ich bin in der Dusche ich komme nicht drauf klar alter äh r r ja du bist doch nicht mal bei uns drin klar wir haben mich schon eingeladen ne äh scheiße ich besteig dich von unten was warte die Spieleinladung annimm ach Gott so schön alter hey da stehen Nutten am Straßenrand oh geil mal auf den kam alter Jungs was machen wir jetzt noch eine äh Terror noch eine ja dann geh ja dann geh was denn was machen wir denn jetzt er sagt doch noch was denn wir bangen wir bangen Nutten wir bangen Nutten weg alter wir bangen scheiß hier am Straßenrand warte eine Laterne eine Champagne Sitzung ist voll bitte was die Sitzung ist voll ich glaube ich werde gleich auf Machen wir eine Freundessitzung nein wir wollen wir wollen Leute umlegen lass uns Freunde da okay das hört sich gut an wir wollen ficken fressen Fernsehen äh lass uns einen so lass uns einen so lange umbringen bis wir bis ein Platz frei wird ach Marvin dann 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 entzieh ich auch den Führerschein mal dauern Champagne ich muss sagen warum geht das Tor nicht auf weil ich mal mein Auto reparieren muss weil ich glaub dein Auto ist weg da ey ich war da ja schon rück wir sind zu schlank sonst hätte ich ja nicht den Reifen oder ach stimmt hast du das ist kein Champagne Counter mehr das ist ein Gay Counter du alter Klugscheißer Gay Counter ja dann müsste der ja dauerhaft hoch gehen ja ist auch so ey gar nicht waaah Maul jetzt Maul jetzt halt deine Fresse jetzt nicht mehr Ansage ihr zählt das Maul aber national äh den Kopf da um ach scheiß drauf ne Maul halt mal an ja so gehts auch alter mein Auto ist eingedellt Mannoh 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 häng die Cops ab sagt der dir ja ich länge sie auf mich jetzt hab ich einen Stern Alter ähm ich geh mal Leute killen ich geh mal Leute killen oh shit ihr Ficker YOLO ach da oben sind direkt zwei so jetzt hoch aufs Dach und absnipen ähm Kronk ist übrigens auch in unserer Sitzung merkt man vielleicht gar nicht hä oh der ist ja ja der hat äh ach komm das ist wie ganz so ein Fake Affe woher weißt du dass ich Affen darauf abrichte geht ja auch in längst zu spielen Ich kenn ja einen Gronk der jetzt daheim sitzt und weint weil du ihn Affe genannt hast dann enthülle geh ich mich wenn das wirklich ist aber das glaube ich das ist eins zu einer Million nö glaub ich nicht nicht glaub ich noch nicht mal glaub ich sagen so ich will den killen Alter bleib stehen du spaß ich bin gerade aus meinem auto ausgestiegen so viel zum thema auch man michael habe eingekillt läuft bei dir und jetzt immer wieder immer wieder immer wieder immer mitten in die fresse da hat jemand das spiel verlassen los 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 das ist schneller schneller xbox ich habe keine Ahnung was schon gemacht starte das spiel du scheiße ach sag doch einfach Hurensohn den Counter gibt es nächste Folge mal wenn du spaßt was Hurensohn gesagt bitte mach dass er dem Spiel beitritt bitte Spaß er ist dabei ist er beigetreten bist du beigetreten ich bin dabei Elektro Titte äh wie teuer ist der 150.000 ja das passiert wenn du mit eco fährst Junge das passiert wenn du mit Benzin fährst schön bieter der Edda ist 10 mal 10 mal so teuer und ist nur ein bisschen schneller weißt du ich dachte jetzt tausendmal schneller nein ist er nicht mit Friteusefett fährt er doch probier es einfach ja pass auf ich hole dich jetzt rein fahr einfach mal nur an mir vorbei fahr einfach mal nur an mir vorbei fahr einfach mal nur an mir vorbei hey weh dumm wo bleibt er denn Dominik ja ich sitz drinnen du Affe ich mein doch dich du sparst achso unwesentlich schneller ohne Scheiß also leck mich und ja jetzt guck mal wie weit ich doch wer weg bin ey das spiel ist so rum wagen alter ja ja ist klar ist klar das spiel bei mir gibt es dauernd so unsiefige scheiß netzwerkfehler ja dann hier dann ich spiel einmal an den Arsch so in Richtung du meinst du mit Champagne oh mein Kotflügel ist Kotflügel ist ab ja guck mal wie schnell du jetzt beschleunigt hast what the fuck durch den Zaun man muss ja dazu sagen solange man sich das Geld nicht erhackt ist man sowieso immer schneller Moment keiner von uns hat gehackt gekriegt ist ja trotzdem spaßig und habt euch da von Autos gekauft du du den den Edda den hab ich so gekauft den Cheater den hab ich so gekauft ja ja das sagen sie alle weißt du ne ehrlich ja ja da war Marvin dabei ich hab das dann noch zweimal Dollar gekauft wer ist denn das jetzt bitte das war Marvin das war bestimmt geil aus oder Marvin Junge gib den Führerschein doch einfach ab ist doch gut es ist echt so ja du auch Henry ich hab noch nicht Spaß ich fahr wenigstens noch ja ja und nimmst alles mit was die Hupe geht auch noch das reicht ja hier mal ernstes Thema was haltet ihr von den Spiel was äh ich kenn's immer noch nicht ich kenn's immer noch nicht ey ich hab dir gestern Link geschickt du oh mir? Nein nee 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 ich wollte einfach sagen dass ich mir gestern Planet ganz ja also ich kann mich trotzdem damit nicht identifizieren Also, ich finde das Spiel eigentlich richtig genial. Ja, ich weiß ja nicht. Auf euren PCs läuft das ja nicht. Ach ja, sicher. Hallo, ich habe ein Acer Predator. Ach, ich habe ein Acer gesagt. Möp. Bitte was? Ja? Was? Nee, also ganz ehrlich, das Spiel ist geil. Luca Dora. Kommst du zu dem Server? So war. Nöp, nöp. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Was war das denn? Huch. Oh, gib den Führerschein auf die Erde. Sagt der. Echte, halt dein Maul, Mauren. Marvin. Mach nichts, ich schwöre, ich mache es. Hör auf Alice BMW. Alter, du kleiner Dreckspisser. Ja, ich war Erste. Oh, du explodierst trotzdem, ist mir scheißegal. Nein, ich explodier nicht. Deine Haftbombe ist weg, du Lahn. Dominik, ich hole dich ab. Dich hole ich ab. Nein, komm, Dominik. Wir machen ihn jetzt fertig. Ich kann Marvin einfach fertig machen. Das ist einfach mein GTA-Board. Aber ich kann es. Ich kann es. Ich kann es. Ich habe es doch schon fast. Hä, wo ist er denn? Ach so. Das ist mir eine Schwuchtel. Sag ich doch. Äh, ich meine, Entschuldigung. Ach, ich hasse das. Ich wusste, meine Mundpropaganda wirkt. Fuck. Fuck, 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 fuck. Verweiter, 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 verweiter. Lass doch mal den Schwartans Steuer. Nein, wir gehen nicht drauf. Natürlich geht ihr drauf. Das ist schon ausweichlich. Na, wo bleibst du? Ich komme euch nicht hinterher. Schade. Den Holwut nicht machen. Jo. Könnt ihr versuchen. Lass lieber mal den Höch fertig machen. Wo ist der eigentlich? Ach, der ist doch ein Flach, man. Durch einen unbekannten Netzwerkfehler. Ich starte deine Xbox neu, Alter. Warte mal kurz, warte mal kurz, warte mal kurz. Anni, wir haben die Bullen. Ja, fahr weiter. Hä? Wieso haben wir die Bullen? Na. Weil ich euch in die Luft geirrt hab und... Ach stimmt, ja. Ah, super. Jetzt bin ich durch meinen Tod auch noch eingesuchter. Das gibt's auch gar nicht. Ja, Marvin, komm, gib her den Führerschein. Ist nicht schlimm. Mach einfach nochmal. Muss Marvin's Worten so zitieren. Genau, genau. Jetzt fahr ich. Deine AK ist übrigens sehr hübsch. Äh, bist du doof? Ja, Henry. Da wollen wir einmal einen weißen Mann fahren, ne? Das gibt's doch gar nicht. Das ist so angst. Der hat einen kreativen Modus, wollte ich sagen. Der ist im Passiv. Oh. Warum kannst du schießen im Passiv? Wer? Hacker. Ehrlich, voll der Hacker. Der hat... Der hat... Der hat... Der hat... Hier, das war. Hier, Leute, wenn man Auto überfahren muss, um welche Kills zu kriegen, Alter. Ah, der Wagen ist im Arsch. Schon Spaß. Hier, Henry. Was denn? Ich hab bei Amazon sechs Würfel bestellt, ne? Kein Witz, sechs Würfel. Weil jetzt sind was für ein Karton, die das Ding geliebt haben. Komm, gib dem Führerschein ab, ey. Hier, fuck, du. Der war was dran schuld. Hallo. Komm halt her, Alter. So ein Spaß. Gib, gib, ey. Jetzt aber ehrlich. Fährst du in den Gegenverkehr, das ist doch viel schlimmer. Ich glaub, das ist doch eine Wahl. Ach, so ein Spaß. Wer hat... Ey. So ein Spaß, die. Rauschen. Was ist jetzt los hier? Ja, wo bleibst du? Schön. Oh, eine Einladung? Oh, dann sag doch was. Kannst du nicht auf der Party beitreten, du schwacher hast? Lass mal, lass mal, äh, deathmatch machen. Nee. Ach komm. Nee, das ist nicht so spaßig. Oder Capture mit ganz vielen Leuten. Das stimmt. Wir müssen den Leuten auch was zeigen. Und ich schlag mich grad mit Bauarbeitern. Geil. Super geil. Super geil. Apropos, was ich dir sagen wollte, Marvin? Du musst mich morgen mal dran erinnern, dass ich den Support anrufe. Ja, aber das hast du mir vorhin schon gesagt. Habe ich? Oh, oh. Ja, jetzt ein bisschen blamabel. Blamabel, ja. Blamable, blamable. Blamable. Spaß. Wir könnten übrigens die Folge beenden. Und dann gucken wir mal, dass wir in der nächsten Folge den Luca noch dabei haben. Wäre ganz geil. So, aber einmal muss ich noch Passanten killen, den dann auch noch. So. Warte, 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 warte. Alle Passanten müssen sterben. So, meine lieben Freunde, das war's von der heutigen Folge. Du denkst auch, ich seh dich nicht, oder? Wir hören uns wieder zur nächsten Folge und sagen alle Tschüss. Äh, ja, haut rein, Jungs. Bis dahin. Erst Chicken und so. Chicken! Chicken! Du hast nicht die Berechtigung, Chicken zu sagen. So, ich darf Chicken sagen. So, mit einem Tod beenden wir dann die Folge, haut da rein.